Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. Zunächst einmal sollten wir alle aktuellen Krimis, alle True Crime Podcasts vergessen, konzentrieren wir uns auf ein wahres Meisterwerk, auf einen der interessantesten Kriminalfilme überhaupt auf diesen Film von 1931. Es ist Fritz Langs erster Tonfilm. Lang war da relativ spät dran mit, aber er hat dann auch gleich zeigen wollen, warum macht man überhaupt einen Tonfilm? Reicht es denn nicht, wenn ein Film stumm bleibt? Und so sehen wir zu Beginn des Films erst einmal nichts. Wir hören nur etwas, einen lauten Gongschlag und dann hören wir Kinder singen, so einen Abzählreim, dass da ein Mörder umgeht. Und gleich werden diese Kinder im Innenhof in einer Berliner Siedlung dann ermahnt von der Mutter, sie sollen noch mal aufhören, dieses Lied immer zu singen, dieses scheußliche Lied. Und eine andere Mutter beschwichtigt dann aber, solange man sie noch singen hört, weiß man noch, dass sie da sind. Und ja, die Stimme steht hier auch für Präsenz. Und das ist schon ein so genialer Auftakt von Fritz Lang. Und so zieht sich das durch den Film durch. Immer wird mit Ton gespielt. Man denkt, wenn man den Film gesehen hat, was war jetzt eigentlich da für die Filmmusik? Wer hat die gemacht? Und es gibt überhaupt keine Filmmusik. Das Einzige, was wir hier hören, ist eine große Soundcollage, eine Großstadt-Symphonie mit Hupen, mit vorbeirauschenden Straßenbahnen, mit Zeitungsjungen, die schreien. All das, was das urbane Leben ausmacht, hören wir da. Und wir hören ein Thema aus etwa Kriegs, Per Gint Suite, Gefiffen von dem Mörder. Und diese Melodie wird die Erkennungsmelodie. Sie wird ihn überführen. Aber wer kann am besten jemanden überführen, der durch Pfeifen erkennbar ist? Natürlich ein Blinder, ein blinder Bettler in diesem Fall. Und so spielt der Film mit dem Ton. Auch in gewisser Weise auf unlogische Art. Nämlich, es ist ja so, dass wir im Film intradiegetische Geräusche hören. Das heißt, es kommt nichts von außen, wie Filmmusik oder irgendwas wird aus dem Off eingespielt, sondern was wir dort sehen, ergibt die Geräusche. Nun ist es aber so, dass wir auch einmal eine ganz subjektive Wahrnehmung hören. Da ist ein Bettler und da wird versucht, eine Drehorgel in Gang zu setzen. Und er hält sich die Ohren immer auf und zu. Und das, was er dann hört oder nicht hört, das hören wir Zuschauer dann auch. Und wir merken damit plötzlich, wir schauen hier einen Film. Wir werden also ein bisschen rausgerissen. Genauso gibt es auch dann einen witzigen Umgang mit dem Thema Ton. Nämlich die Vermieterin des Mörders, die ist schwerhörig. Man kann sich diesen Film vielleicht am besten vorstellen als einen Schwamm, der alles aufsaugen will, was in dieser Großstadtwelt so vor sich geht. Und der aber auch die Diskurse mit aufnimmt und die Kunst der damaligen Zeit. So zum Beispiel die Bauhausfotografie. Die wird sehr stark imitiert, als man den leeren Platz von Elsie sieht, die dem Mörder zum Opfer fällt. Da ist dieser Platz am Tisch leer und leicht aufsichtig sehen wir dann diesen verwaisten Platz. Und dann der Untersicht, eine Telegrafenmast. Auch das könnte ein Bauhausfoto sein. Das ist zugleich ein Zeichen für die moderne Massenkommunikation. Denn das ist ja das große Thema dieses Films. Auch die Massenmedien, wie sie über den Mord berichten. Und in gewisser Weise wird der Mörder dann auch zum Publizisten dadurch, dass er einen Brief an die Zeitung schickt, die diesen dann abdruckt. Und dann geht es um die Wirkung der Medien auf die Masse. Es geht da um Paranoia. Denn plötzlich gibt es durch diese Berichterstattung über den Serienmörder eine Kultur des Verdachts. Jeder, der neben einem sitzt, kann der Mörder sein. Und wir beobachten dann, wie die moderne Polizeiarbeit darauf reagiert. Es geht auch hier um das Vermessen des Menschen, um das Sammeln von Indizien, von Daten. Ja, das können wir eigentlich schon getrost Big Data nennen, was hier passiert. Das geschieht noch analog, aber es ist leicht übertragbar auf das Digitale. Jede, auch die geringste Spur heißt, es muss aufgenommen werden. Da gibt es eine zerknüllte Bonbon-Tüte. Man muss wissen, wo sie gekauft wurde. Man erweitert das Fahndungsgebiet, erst im Umkreis von zwei Kilometer, dann immer weiter. Das ist also modernes Tracking. Das ist das, was unsere Smartphones so alles aussenden. Das erleben wir hier schon. Und es ist sehr, sehr galant, wie Fritz Lang das schafft, alles das in den Film zu packen. Und dann gibt es einmal einen Dialog zwischen der Polizei und der Politik, dem Bürgermeister und dem Polizeipräsidenten. Und die unterhalten sich darüber, wie ermittelt wird. Und so kann man diesen Dialog über die Bilder legen und dann zeigen, wo eine Razzia durchgeführt wird, wo ein Obdachlosenheim gefilzt wird, wo Zeugenaussagen stattfinden. Kurzum, es sind die Mosaiksteine der modernen Welt. Und das ist ja sehr nah am Film schon dran. Denn worum geht es, diese Steine zusammenzubringen? Das heißt, man muss einzelne Szenen montieren. Und diese Montage führt jetzt aber, so da soll, zu dem Mörder führen. Denn man ist auf der Suche nach einem roten Faden. Man will in dieses Ganze eine Linearität reinbekommen, die zum Mörder führt. Das ist also kein dialektisches Montageprinzip, das die Gegensätze betonen will, sondern hier wird geeint, jede Einzelszene soll hinführen zum Mörder. Am deutlichsten wird das in einer der berühmtesten Parallelmontagen der Filmgeschichte, nämlich wenn die Verbrecher tagen und wenn die Polizei tagt und sie überlegen, was ist zu tun, wie kann man den Kindermörder schnappen. Denn die Verbrecher haben auch ein privates Interesse. Sie wollen endlich wieder ihren Geschäften oder sie sagen es auch immer, ihren Berufen nachgehen. Das heißt, sie wollen jetzt ungestört arbeiten können und nicht ständig von der Polizei durchsucht werden. Also müssen auch sie sich was einfallen lassen. Und dann ist es wirklich elegant und grandios gelöst, dass dann die Verbrecher manche Sätze sagen. Da ist dann vor allem der von Gustav Gründgens gespielte, der etwas sagt und die Polizei setzt diesen Satz fort. Und umgekehrt, die Polizei sagt etwas in einer Szene und die Verbrecher, die führen den Satz weiter fort. Denn man hat ja ein gemeinsames Ziel und zugleich wird so nochmal hergestellt, diese besondere Nähe der Polizei zum Verbrechen. Ja, auch die Polizei, die übt sich potenziell immer in einem permanenten Grenzübertritt, einer Gesetzesübertretung. Das wissen wir spätestens seit French Connection. Und der Lohmann, Kommissar Lohmann, der wird ja auch etwas tun, was nicht so ganz rechtens ist, wenn er dort einem armen Kerl Angst einjagt und ihn quasi erpressen will, damit er erklärt, was da eigentlich vorfällt. Es gibt aber noch diese andere Komponente der Einung, der Einheit, nämlich man versucht noch herzustellen, so etwas wie eine Gemeinschaft. Das wird schon dadurch deutlich, dass es eine Razzia gibt in einem sehr dubiosen Lokal und dann ist die Bardame, gespielt von Rosa Valetti da und die sagt, naja, hier werden sie niemanden finden und sie betont dann den Anstand dieser Leute. Denn in jeder Prostituierten, da stecke doch eigentlich auch eine Mutter und in jedem Verbrecher ein Vater. Und das Böse, was hier geschildert wird, das ist da draußen, das ist nicht hier bei uns. Und das ist eine ganz grundsätzliche Abwehrbewegung, die wir in der Gesellschaft, die wir in den Boulevardmedien immer wieder finden, dass man sagt, das Böse ist nicht hier, das hat mit uns nichts zu tun, das ist irgendwo dort draußen. Diese Externalisierung des Bösen kreiert einen Sündenbock, über den sich eine Gesellschaft in eine Gemeinschaft verwandeln kann. Und hier liegt das Problem, auf das wir noch zurückkommen werden. Dem Beruf will man aber jetzt erst einmal nachgehen. Die Verbrecher wollen endlich wieder ihre normalen Geschäfte machen. Und Schrenker sagt dann auch, ein Außenseiter verdirbt uns die Gesellschaft. Die Verbrecher, die halten ihre Sitzung ab und sind sich darüber im Klaren, diese Bestie hat kein Recht zu existieren, die muss ausgerottet werden. Eine mehr als heikle Rhetorik. Die Verbrecher beschließen, jeden Quadratmeter in der Stadt zu überwachen. Wer kann das tun? Man hat ja noch keine Überwachungskameras, wie wir das heute haben. Aber es gibt menschliche Überwachungskameras, die nicht auffallen. Bettler, man hat sich so sehr an deren Anblick in der Stadt gewöhnt. Die positioniert man überall, flächendeckend. Und sie sollen schauen, ob da irgendjemand Verdächtiges umherirrt. Auch bei den Bettlern haben wir schon eine sehr moderne, bürokratische Gesellschaft. Da wird gesammelt, da wird katalogisiert, da wird kategorisiert. Die sortieren Zigarren, sie sortieren Butterbrote. Und diese Aufteilung der Stadt durch die Bettler, die erfolgt auch dadurch, dass sie sich quasi ausweisen müssen, dass sie in Listen eingetragen werden. Das ist alles etwas sehr Modernes, moderne Staatsbürgerschaft. Und das Subjekt ist hier auch immer das Unterworfene, das also angerufen wird von einem Staatsapparat und dann sagt, ja, ich bin gemeint, das bin ich. Fritz Lang betont gern, er habe hier eigentlich einen Dokumentarfilm gedreht. Und das stimmt auch, wenn man andere Dokumentarfilme aus der Zeit sich ansieht, wie zum Beispiel Symphonie einer Großstadt von Ruttmann oder natürlich auch der Film Der Mann mit der Kamera von Sieger Werthoff. Das sind auch Filme, die das urbane Leben sammeln, indem sie Einzelszenen zeigen, diese geschickt miteinander montieren. Das macht hier Fritz Lang, wenngleich er es dann mit einer Krimi-Handlung verquickt. Der Film zeigt uns erst sehr spät, wen wir alle suchen, das Gesicht des Mörders, nämlich Hans Beckert, gespielt von dem furiosen Peter Lorre. Er ist lange Zeit unsichtbar für uns Zuschauer. Das heißt, wir ermitteln quasi mit. Der Film ist ja in erster Linie ein visuelles Medium. Daran ändert auch der Tonfilm nichts. Und Sichtbarkeit ist das große andere Thema in diesem Film. Aber wie wird jemand sichtbar? Ein Mörder, der doch eigentlich so aussieht wie du und ich. Der Mörder wird dadurch sichtbar, dass ein Verbrecher, der ihn erkannt hat, sich heranwagt und einen Kreideabdruck ihm auf seinen Mantel drückt, nämlich ein M. Und dann wissen alle anderen Bescheid, wer der Mörder ist. Wir haben eben schon gesagt, hier wird ein Sündenbock konstruiert. Und wir müssen uns jetzt einmal von dem konkreten Fall ein bisschen lösen. Ja, der Mann ist ein Kindermörder. Aber wir müssen das eher auf einer allegorischen Ebene betrachten, was hier eigentlich getan wird. Hier wird ein Sündenbock kreiert, der bekommt ein Zeichen, sodass ihn jeder erkennen kann. Selbstverständlich ist das der Judenstern avant la lettre. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle kurz innehalten und uns vergegenwärtigen, dass dieser Film nicht nur von Filmhistorikern, von Filmfans gelobt wird, sondern auch Josef Goebbels hat positive Worte für diesen Film übrig gehabt. Er schreibt in seinem Tagebuch, abends mit Magda M. gesehen, fabelhaft, gegen Humanitätsduselei, für die Todesstrafe gut gemacht. Lang wird einmal unser Regisseur. Fritz Lang ist nicht der Regisseur von Goebbels geworden. Fritz Lang ging nach Amerika. Aber Goebbels konnte relativ gut Filme analysieren, wusste um diese untergründige Botschaft, die eigentliche Textur eines Films, was damit ausgedrückt werden kann. Und tatsächlich kann man diesen Film auch so lesen, dass hier doch etwas Eigenartiges geschieht. Hier konstituiert sich eine Gemeinschaft und dabei taucht auf dieses Trugbild von einem guten deutschen Volk. Das wird nicht nur in dieser Barszene deutlich, sondern generell verstehen sich die Verbrecher auch immer als die guten, aufrechten Bürger. Die Masse braucht hier also einen Sündenbock. Alle ziehen an einem Strang, um M zu fassen. Das ist auch ein Thema. Masse und Macht, so heißt der Essay. Das ist ein Thema von Elias Canetti. In diesem Großessay, da schreibt er über die Hetzmassen Folgendes. Die Hetzmassen, die Hetzmasse bildet sich im Hinblick auf ein rasch erreichbares Ziel. Es ist ihr bekannt und genau bezeichnet, es ist auch nah. Sie ist aufs Töten aus und sie weiß, wen sie töten will. Mit einer Entschlossenheit ohnegleichen geht sie auf dieses Ziel los. Es ist unmöglich, sie darum zu betrügen. Es genügt, dieses Ziel bekannt zu geben. Es genügt zu verbreiten, wer umkommen soll, damit eine Masse sich bildet. Die Konzentration aufs Töten ist eine besondere Art und an Intensität durch keine andere zu übertreffen. Jeder will daran teilhaben. Jeder schlägt zu. Das Opfer kann ihnen nichts anhaben. Es flieht oder es ist gefesselt. Es kann nicht zuschlagen. In seiner Wehrlosigkeit ist es nur noch Opfer. Und man kann dem Film zugutehalten, dass diese Wehrlosigkeit auch ganz deutlich gezeigt wird und dass sie etwas in uns auslöst, wenn die Verbrecher M endlich gefasst haben und was sie dann mit ihm vor diesem vermeintlichen Gericht vorhaben. Es geht hier dann um das, was Elias Canetti Entladung nennt. Er schreibt, der wichtigste Vorgang, der sich innerhalb der Masse abspielt, ist die Entladung. Vorher besteht die Masse eigentlich nicht. Die Entladung macht sie erst wirklich aus. Sie ist der Augenblick, in dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als gleiche fühlen. Und sich als gleiche fühlen, das tun plötzlich alle Verbrecher, wie sie da sitzen. Ob sie im Rotlichtmilieu sind, ob sie wirkliche Mörder sind, alles egal. Jetzt sind sie eine Einheit. Und der Film spielt damit, dass wir als Publikum uns auch mit diesen Verbrechern verbünden. Zuvor aber ist dieser Film noch anders. Da ist noch nicht diese Einheit hergestellt. Da taucht noch nicht dieses verführerische Bild von einem Volk auf. Da gibt es den distanzierten Blick, als würde man den Film nur anhand von dokumentarischem Material zusammenbasteln. Als hätten hunderte Überwachungskameras aus der Stadt Stoff geliefert und da sitzt jetzt jemand am Schneidetisch und bastelt. Die Bettler sind ja auch wie Überwachungskameras. Das hat etwas Mechanistisches. Fritz Lang verweigert sich hier der Einfühlung. Andererseits, eine Einfühlung braucht man hier auch gar nicht. Es geht immerhin um einen Kindermord, um mehrere Kindermorde. Die Sympathielenkung ist also gar nicht mehr nötig. Erst mit dem Schauprozess ändert sich die Position und damit auch die Haltung der Kamera. Sie rückt näher ran. Sie stellt einen Menschen in den Fokus. Und dieser Mensch ist der Mörder Beckert. Führt das jetzt zu einer Mitleidstramaturgie? Nein, nicht ganz. Denn es kommt ein neuer analytischer Diskurs hinzu. Nämlich, wieder geht es hier erst einmal um den Tonfilm. Der Tonfilm kann Menschen zum Sprechen bringen. Das ist etwas, was die Psychoanalyse will. Man liegt auf der Couch. Man liegt quasi Beichte ab. Und das ist nur im Tonfilm möglich. Das ist so nicht übertragbar. Man könnte irgendwelche Texteinblendungen im Stummfilm machen. Aber hier ist es möglich, dass jemand spricht. Und der Mörder spricht jetzt. Und was hier rezipiert wurde, ist offensichtlich Sigmund Freud. Nicht von dem Mörder, aber von denen, die den Film gemacht haben. Die Psychoanalyse braucht also den Tonfilm. Und da hören wir den Mörder sagen, ich kann doch nichts dafür. Er könnte auch genauer sagen, mein Ich kann doch nichts dafür. Und dann kommt es zu dieser ganz interessanten Aussage, will nicht, muss, will nicht, muss. Das ist Sigmund Freud. Das Ich wird terrorisiert vom Es, also von den Trieben, und vom damit korrespondierenden Über-Ich. Eine Stimme sei da in ihm, die ihm sagt, er soll das tun, er soll die Kinder ermorden. Die Schlussfolgerung des Verbrecherkopfes ist, dieser Mann muss ausgelöscht werden. Was hier für ihn ganz klar ist, ist, wenn er ja nicht anders kann, dann ist er so böse, dann muss er weg. Was hier passiert, ist noch einmal eine Essentialisierung des Anderen. Und dieser Andere kann dann nur ausgelöscht werden. Man darf ihn auch nicht irgendwo hinbringen, in ein Krankenhaus, in eine Klinik, was auch immer. Nein, er muss ausgelöscht werden. Man kann auch hier wieder verstehen, welche Nähe zu einer solchen Aussage dann bei Goebbels empfunden wurde. Dann gibt es aber noch den Anwalt des Mörders. Er betont den Moment des Zwangs und sagt, ja, deswegen kann er ja nichts dafür. Aber dann kommt das Boulevard-Argument, die Emotionalisierung durch eine im Publikum, eine Frau, die sagt, frag doch die Mütter, die würden auch keine Gnade walten lassen. Das heißt, das Mitleid schlägt hier um in Selbstjustiz, in Barbarei. Und wir Zuschauer, wir sind bei all dem die Richter. Wir können zwar kein Urteil sprechen, aber wir bilden uns dann doch irgendwie eins. Das ist auf jeden Fall zehnmal intelligenter als all das, was wir in irgendwelchen Dramen von Ferdinand von Schirach erleben können. Die Aktivierung des Zuschauers findet hier noch einmal statt. Und wie wirkt eigentlich dieser Film auf uns? Wie wirkt das ganz konkret, wenn ein Peter Lorre diesen Mörder spielt? Wir sollen über den Film also jetzt nachdenken, auch über den Film als solchen. Und was nie genug betont werden kann, alle guten Filme denken auch über sich selbst nach. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn der Tonfilm als Tonfilm reflektiert wird. Diese Form der Selbstreflexion ist keine Spielerei bloß. Das Publikum muss so über seine Wahrnehmung des Films nachdenken, muss darüber nachdenken, wo wurde ich verführt oder nicht verführt. Es reflektiert das Publikum nun über sich selbst. Und deshalb ist auch fraglich, ob Fritz Lang wirklich eine Karriere im Dritten Reich gemacht hätte. Zumindest hätte er dann ganz andere Filme machen müssen. Denn die Propagandafilme im Dritten Reich, die haben alle nicht über sich nachgedacht, damit auch niemand über die propagandistische Wirkung nachdenkt, damit niemand in diese Reflexion hineingelangt. Die Selbstreflexion des Mediums schützt das Publikum vor sich selbst, schützt das Publikum vor Ideologie, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.